so damit kommt zurück zu einer neuen folge heute im wohnhof soll ich so lang sein wir gucken mal ich hab mal den 18 meter genommen schauen wir mal so 1 und 2 sind wir schon im Krankenhaus? Krankenhaus Porno Krankenhaus Sagen wir auch Single und D oh da muss man sogar mal das Licht ermachen die hab ich noch hingestellt na dann zack mal das mal ab Hi ein Ticket bitte kann ich das mit Karte zahlen bisschen watt da bin ich jetzt nicht so zufrieden dafür dass Gründorf ist und da so in Englisch steht ein bisschen so naja jaaa keine Haltestellansage hm ok ein Ticket bitte moin was kostet das? keine Ahnung na das klappt wenigstens hm dann können wir ruhig mal warten E rot ne na das ist ja nicht so das ist wirklich noch Beta da haben wir gestern schon was äh besseres gespielt alles noch so hm weiße nicht offen leer aber naja es ist dies ist alle da rein so eine andere Schaltung hier ja so eine andere Schaltung hier so eine andere Schaltung hier weil es nicht so ist dass Gattel Boah, das Wunder nacheinander ist ja auch hart mit den Haltestellen. Das ist mies. Geht so aufsteckt aber keiner aus. Okay. Hallo, ich benötige ein Ticket. Single Pool Raid. Moin, ich brauche einen Fahrschein. Hallo, ich benötige ein Ticket. Hey, warte mal, wenn du... ...wehst du... Du bist doch noch nicht wieder, oder? Hallo. Hallo. Kann ich bitte ein Ticket haben? Hm, hm. Hm, hm, hm. So, koste 3,30 wieder. Moin. Ich benötige ein Ticket. Wie viel würde das kosten? Weiß ich nicht. 2,70. Hi. Kann ich bitte ein Ticket haben? Ja. Hm. Ja, das ist... Das finde ich gar nicht so pickelnd wäre mit dem Englischen. Hallo, kann ich bitte ein Ticket haben? Ich hab doch noch den langen Arm. Hm, 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 hm. Na, ich musste mehr Tickets verkaufen als alles an. Ja, das ist hier so... Hm, sieht schon leer aus. Das ist vielleicht besser. Nur Bon macht, aber... Keine Ansagen. Ich sag mir nicht mal... Das ist kein Geil. Das ist Grunendorf oder Grunsdorf. Ah. Überzeug mich jetzt nicht so. Boah, was ist das hier für ne Haltestelle? Ich dachte, hier kommt gar nix mehr. Ich hab mir fast so bein gefahren, Mann. Muss ich denn hier anhalten? Mitten auf der Straße. Hier können wir noch ein bisschen weiter hinter platzieren können. Auch wenn es vielleicht schon original ist. Hallo. Hallo. Ich benötige ein Ticket. Ja, irgendwas war fiktiv, aber ich glaub das nicht. Hm. Ja, gehört auch dazu. Müssen wir mal weiter auf dem Schirm behalten, wenn wir das möchten müssen. Was ist denn das da? Einkaufsache? Ganz schnell. Okay. So. Hier will jemand noch raus. Wird sich wirklich jemand aussteigen? Oder will ich auch jemand rein? Hä? War da auch grad keiner da. Check ich nicht. Okay. Es scheint verpackt zu sein. Ich weiß jetzt nicht an wem das liegt. Ich weiß jetzt nicht an wem das liegt. Benutzer. Oder mal schneller. Was ist das hier? Ach, das ist so krank hier. Und ähm. Okay. Hopp. Da wird da hingefallen. Ich weiß auch nicht. Ah, die Map gefällt mir nicht. Auch keine parkenden Autos. Also. Bitte aussteigen. Bitte aussteigen. Bitte aussteigen. Das sieht auch noch irgendwie zu leer aus. So. Zu klump. Zu trocken. Tut mir leid. Und hier will ich mal ein Aussteigen? Muss ich jetzt hier noch vorfahren oder wie? Hier ist doch nichts. Hier nochmal? Oh. Naja. Naja. Das war nicht so prickelnd. Also. Hau da rein. Macht schon gut. Ciao, ciao.